Nach der ganzen Geschichte mit Covid-19 hast du die letzte Saison abhacken und jetzt freuen wir uns wieder auf dem Eis zu sein. Ich finde es immer schöner aufs Eis zu gehen und wieder im Kraftraum zu ziehen. Es ist einfach schön, wieder mal in den Garten zu sein, auch lieber über andere Sachen zu sprechen und das Soziale wieder zu halten. Jetzt waren wir am Dienstag. Am Dienstag war mehr eine Ausdauer auf dem Eis. Am Dienstag kam das Skating. Einfach wieder ein bisschen reinkommen, die ganze Muskel, die Hüfte und auch die Technik. Am Schluss noch ein bisschen für den Fans spielen oder etwas. Jetzt ist es langsam reinkommen und dann geht es uns wahrscheinlich immer weiter runter und immer schneller wieder mit der Mannschaft im Jongling. ически wollen wir gleich zwei הק Frauen können. Jetzt sind wir. Ist nur das, was auf ein Diener. Schä Gewirkt. Geil.